ich grüße ich recht herzlich zum mls special dieses wochenende geht es los werden einiges uns zum angucken es wird auf jeden fall eine neuerung geben kurz vor saison start hat sich der mls gedacht wir ändern einfach mal spontan die play-offs und ich finde es eigentlich positiv dass wenn uns direkt angucken in meiner gallery habe ich so ein bisschen noch was abgedatet sind einige schnäppchen zu schlagen wir gucken uns zuerst die eastern conference an dann die western conference und dann noch die power rankings wo ich so ein bisschen mein senf dazu gibt ob ich mit denen d'accord oder ob ich anderer meinung bin von der platzierung her die sie da voraussagen ja was gibt es ein neues die play-offs haben sich geändert statt 7 teams qualifizieren sich nun 9 teams es wird ein wildcard match geben wo der achte gegen den neunten spielt und der eastern conference genauso western conference der achte gegen den neunten in den spielen gibt es keine verlängerung das heißt sobald nach 90 minuten ohne team steht gibt es elf meter schießen ja also neun teams sind aktuell in den play-offs das heißt insgesamt 18 teams wenn das wildcard match gespielt wird gibt es die erste runde und da ist die neue änderung es ist ein best of three eingeführt worden das heißt wer zuerst zwei spiele gewonnen hat ist weiter und war finde ich interessant somit ist dieser glücksfaktor zumindest in der ersten runde ausgeschlossen sind zumindest 16 teams danach geht es weiter in die conference semifinals quasi für uns das viertelfinale wo dann acht mannschaften noch drin sind hier wieder im jahr ein spiel mode hier gibt es eine verlängerung auch etwas verwirrend dass sie mal mit verlängerung spielen mal ohne die conference finals ebenfalls ein einzelnes spiel und dann das mls cup finale die größte änderung ist dass es nun neun teams in die playoffs schaffen werden pro conference und dass die erste runde im best of three mode gespielt wird was ich gut finde ich würde das viertelfinale und halbfinale auch noch mit hin und rückspiel spielen aber gut das sprengt wahrscheinlich so ein bisschen den kalender von denen dann springen wir rein um die groben einschätzungen bei den aufstellungen und der mls atlanta sehen wir hier mein fokus wird immer so ein bisschen auf die teuter position liegen und so ein paar schlüsselpositionen die ich selber interessant finde sieht so aus als würde breit musen hier im tor starten das ist auch schon 38 westberg sollte der ersatzteuter sein somal die teuter position interessant finde ich andrew goodman hier der links position ohne konkurrenz hat relativ starkes kurs ansonsten muss man mal gucken wie jaco marquis hier einschlägt bei tlanta im angriff ansonsten relativ solide tiago almada ist so der premium spieler dann haben wir noch so sehr interessant ist und robinson lennon hier ansonsten noch als backup hier ibarra finde ich relativ noch vielleicht interessant charlotte club fc carlina die nummer eins die snieger die nummer zwei pro lobe ist gewechselt ist ein starker innenverteidiger der mal kopfball treuer macht und gerne freistoß treuer auch probiert ansonsten moral links finde ich interessant lindsay backup spieler der relativ günstig ist denkt dass der gute chancen hat auch mal startelf einsätze zu kriegen ansonsten kopett die im angriff der premium stürmer mit zwiderski das wird so das herzstück sein wenn das funktioniert hat charlotte sicherlich gute chance auf die playoffs ansonsten von den backups würde ich mir angucken china schicke und bender sind vielleicht noch zwei interessante spieler dann kommen wir zu chicago hier die teuter position meiner meinung noch immer ein fragezeichen man favorisiert hier erstmal brady das 18 jahr alt dann gern haben sie jetzt geholt könnte eventuell die nummer eins werden und von hinten könnte er jetzt noch spencer ritchie hinterher rücken also die teuter position bei chicago meiner meinung nach noch ein relatives fragezeichen spannend finde ich die innenverteidigung chichos und terren terren ist relativ jung chichos ist ein absoluter gesetzter starke in verteidigung der auch sehr sehr gut scoret und ansonsten pineda der hier über das backup auf scheint das relativ günstig zu haben den würde ich mir nehmen ich denke dass der kader relativ dünn ist bei chicago deswegen da wird es was ein zwei verletzungen gibt hat pineda gute chancen kart im mittelfeld und in der verteidigung auf einsätze zu kommen für bilko sehen wir hier anscheinend die haben noch einen dnp spot bis april ist ja noch die transferphase offen aber wenn für bilko die ersten spiele performt dann kann man sich den vielleicht sogar sparen das wird spannend zu beobachten zu sein die ersten spieltage shakiri natürlich so das herzstück hier mittelfeld mit gemenes und navarro an und für sich finde ich das team nicht schlecht die flügel links und rechts sind jetzt nicht so spannend da muss man gucken wie die sich da ein finden werden ansonsten ja in der breite relativ dünn sobald da zwei drei verletzte sind ja dann wird es eng mit den backup spielern fc cincinnati die torhäuter position eigentlich klar celentano gesetzt und 23 torhäuter dann die nummer zwei herzstück ist meiner nach brenner und vasquez hier im angriff und auch backups santos und badger sind nicht so verkehrt in verteidigung miasca finde ich ganz ganz stark santiago arias rechts haben sie sich geholt der war lange jetzt ablösefrei zu haben war auch batletico und ps enthoffen weil seine beste zeit bei ps enthoffen war ist sicherlich ein starker spieler und das mittelfeld mit akosta und bombodo und moreno ist nicht verkehrt aber hier die backups sind für mich so ein bisschen an der verteidigung im mittelfeld sehr sehr basic grundsätzlich kein schlechtes team auf den ersten blick häckel und miasca in verteidigung sicher nicht verkehrt aber ja dann haben sie noch murphy akbunono und dann war es schon sobald sie zur verletzung kommt deswegen relativ eng die geschichte columbus el rom im tor gesetzt bush die nummer zwei sonst finde ich die mannschaft nicht so spannend die verteidigung ja ist okay moray radigenic williams die flügel mit randa farsi aber sie kann ich noch nicht wirklich viel sagen mittelfeld morris ist ein ganz ganz starker macht aber jetzt für so eher wenig sinn da nicht so der starke scorer ist für so eher nackt vielleicht noch dann und das herzstück ist kucho und salarian die zwei da vorne ja sobald sich da einer von denen verletzt wird eng wobei ich noch ramirez hier noch im auge behalten würde der könnte noch gute außenseiter chancen haben auf ein paar einsätze die united ich persönlich habe die auf dem zettel also ich kann mir vorstellen dass die es in die playoff schaffen ich finde das team nicht so verkehrt deuter technisch wird zu meiner macht trotzdem der 50 50 chance sein zwischen miller und bono die verteidigung ist auch okay hier wird williams als innen verteidiger gerankt ich hätte er als links verteidiger gesehen aber es heißt rum dann biernbaum heinz eick biernbaum ist der kapitän der wird auch gesetzt sein und pines ist eigentlich auch nicht schlecht so in der innen verteidigung haben sie die quali der wahl rechts mit rohren von orlando das ok naja als backup ist auch nicht so verkehrt und vorne dann mit klick morrison und von impuls und von schalke kommt ist nicht verkehrt backup dirkern ist nicht so schlecht und ansonsten haben sie noch kanaße die kann man sich günstig dazu holen da ich denke da wird sicherlich ab und zu mal schonungspausen geben das mittelfeld ist in summe dünn aufgestellt also sobald sich da ein zwei verletzen ja dann wird lustig werden allgemein relativ klein der karte aber die starting eleven die ich hier sehe ist schon nicht schlecht rodriguez bentheke fontes im angriff das könnte funktionieren rodriguez als assistgeber fontes dass die denn da jetzt recht einschätzen überrascht mich hätte er als konkurrenten zu bentheke gesehen und dann die backups roberta ist sicherlich nicht so verkehrt ist ok schwachstelle sehe ich erden nur die backups im mittelfeld und ja die linksverteidiger position kann ich noch schwer einschätzen miami inter miami der club von david beckham der wird interessant zu beobachten sein auch auf ein blatt papier sieht das nicht schlecht aus dem tor kalender finde ich halt nicht so spannend der wird sehr gehypt aber da haben sie mit mars man eigentlich auch kein schlechten backup drinnen dementsprechend ja sei es drum kristoff haben sie sich von schacht und donitz geholt mabika wird hier als ersatz gesehen ich hätte mabika vorne gesehen er mabika und kristoff aber hier mit mcw vorne gesehen rechts am flügel jettlin sicherlich so einer der stärksten auch bei der wm dabei als rechtsverteidiger links ist so meiner meinung nach die schwachstelle ob nie krieg das punkt stück da sein wird gibt es ellen er hat mich nicht vom hocker kriegore uloa ja von wochen das mit dem backups schaut nicht so schlecht aus gerade im mittelfeld bizarro wird vorne gesehen da bin ich gespannt ob den im bot halten da sind leuchten ziemlich hohes gehalt show und motta das passt auch täler als backup ist nicht verkehrt sie können sich auch holen ein schlechter junge finne juke als backup ist auch nicht verkehrt also überhaupt sehr breit aufgestellt und im angriff campana und josef martinez auf das bin ich schon mal gespannt ob das ein feuerwerk geben wird hier haben sie einige backups drinnen kann ich aber leider nicht wirklich einschätzen bord geliehen ist noch ein halbwegs vernünftiger stürmer lässt da ist ein junger stürmer muss man mal gucken aber ja die zwei wenn die fit sind hat inter miami echt gute chancen auf mehr als nur in die playoffs zu kommen montreal hat ihren trainer verloren dementsprechend auch noch ein paar spieler abgänge zu verkraften deswegen bin ich gespannt wie sie sich da schlagen werden das ist ja ein rumpfteam was da übrig geblieben ist haut mich nicht vom rocker positiv und starken teute haben sie pantemis ich finde ihn zumindest stark in verteidigung mit miller waterman finde ich auch relativ sehr stark nationalspieler von kanada und in so einem veteran camacho er kann auch defensiv im mittelfeld einspielen mit dem backup so ein bisschen eng torkelson vielleicht noch mittelfeld wann jama den haben sie gehalten starker mittelfeldspieler und pieter auch kanadische nationalspieler und danach wird eigentlich die luft schon dünnser lieber ein junger mittelfeldspieler das durch erst 18 oder so links lapperleinen rechts herrera ist okay quito vorne ist noch stark und ja danach wird eng kam die kann ich gar nicht viel einschätzen und in der spitze toyer und kamara wenn dann geht es über die defensive der block der gefällt mir gut waren jama pieter miller waterman camacho offensiv haut mich nicht so vom rocker nashville teuter technisch willis klar gesetzt danach noch mal gucken ob es überhaupt karten gibt martino panico zimmermann in verteidigung absoluter premium verteidiger hier wird immer her favorisiert dass den den verteidigen spielen wird da ist auch die frage ob sie nicht vielleicht mit einer dreier in verteidigung spielen werden da ist dann noch deput für mich interessant rechts murky mull könnte ich mir auch noch angucken der kann da komplett die rechte schiene spielen ist für beide positionen der backup hat auch immer wieder gute scores gebracht finde ich interessant davis ist ganz ganz stark im mittelfeld ansonsten offensiv klar mukta ist der premium stürmer und die andere position da wird sich saponk und bonberry momentan matchen und links haben sie pico hingetragen hat den könnte man sich angucken das von houston gekommen haitianischer nationalspieler wobei schaffelberg finde ich halt auch nicht schlecht ein junger kanadier ja das team hat schon was aber irgendwie auch irgendwie nicht zimmermann mukta sind so die zwei wichtigsten positionen in dem team an der rest ist halt sehr sehr günstig zu haben was ich so gesehen habe da kann man sich schon ein nashville team aufbauen für relativ wenig geld new england kann ich gar nicht viel sagen ich halte von dem team wenig petrovic keine karte das mal punkt 1 romney kessler ist auf jeden fall in verteidigung eine gesunde basis die man sich nehmen könnte die flügelspieler bei und jones ja gut polster ist nicht schlecht der mittelfeldmann dann karlers gilt das ist so quasi das herzstück der mannschaft und bei denen wird gustavo auf der ersatzbank gerankt das ist für mich persönlich überraschend ich hätte er knapp vor wie ohne gesehen die sind region in der startelf wird eine lotterie viel spannender finde ich eben die backups zu beobachten blessing zum beispiel der hier über das backup ist er könnte sicherlich mehr einsatzzeit kriegen nicht zu verachten dylan borreiro finde ich auch als stürmer relativ interessantes aber preislich denke ich was ich im kopf habe relativ teuer also maximal würde ich das so ein bisschen gucken romney kessler polster für kleines geld vielleicht für einen cap 220 motor im sommer zu holen ansonsten ja new york city fc ja was soll ich da sagen teutertechnisch freeze wird wahrscheinlich die nummer eins sein baratze die nummer zwei kann man so sich mal angucken kufre finde ich interessant relativ günstig zu haben ist jetzt von mallorca hier rüber gewechselt wird sicherlich in der mls seine chancen kriegen ilenich kann ich jetzt nicht sagen rechts verteidiger positionen mittelfeld morales finde ich spannend der war jetzt relativ günstig zu haben wird hier auch in der starthilfe gesehen warum der so günstig gehalten wird alles magner ist halt so das prunkstück und kieten parks nach dem abgang und ac wedo wird auch mehr einsatzzeit kriegen ja wenn man sehen müssen wie sie sich einfinden playoffs natürlich mit neuen teams gute chancen aber ansonsten rechts in den links kufre könnte aufgehen verteidigen tiago und chanotte preislich halt relativ günstig die spiele eigentlich zu haben einzige der relativ teuer ist eigentlich alles magno und teuter technisch kann da sicherlich ein zock eingehen riesen baratze beide zu kaufen glaube ich nicht so teuer new york red bulls die sich ganz 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 weit oben da hat sich langsam peu a peu ein team aufgebaut das relativ sowie solide ist koronel klarer nummer eins die nummer zwei torkin premium verteidiger auch relativ teuer links verteidiger banken rechts reyes und nilis in verteidiger kassier als edelmann luquinhas morgen wann sehr manuell alles sehr sehr starke spieler berg als backup stürmer würde ich mir angucken sicherlich mit heißen chancen für einsätze ansonsten noch hier wird finde ich persönlich interessant und amaya und defensiv wird die luft dünner also viele verletzungen dürfen die nicht haben ja so ein ähnliches team bissel besser wie chicago wenn das ein paar verletzungen reinkommen da wird schon meiner meinung relativ eng viele junge spieler da kann man auch schwer einschätzen ob die das talent haben für mehr orlando galese klare nummer 1 stai ducha ist die nummer zwei hier ansonsten sehr merkwürdiges team hat mich jetzt gerade so nicht vom rocker raucher ist vielleicht nur interessant pereira im mittelfeld warum sie ärgern karo hier als dritten stürmer sehen ist mir jetzt ein rätsel hätte ich eigentlich fix gerechnet dass der gesetzt ist petrasso ist vielleicht noch interessant hier links ansonsten müsste man mal gucken janson und carlos in der in verteidigung gesetzt eventuell noch torres interessant ansonsten auch so die backups was ich so sehe da ist nichts spannendes bei orlando so wenn ich es jetzt mal sehe die stärkste position ist noch galese im tor und vielleicht die innen verteidigung ansonsten wird es eigentlich relativ dünn philadelphia absolutes premium team kaum irgendwelche abgänge im prinzip das team 1 zu 1 dasselbe wie in der letzten sohn klar vorne karantza ohre gesetzt backups technisch sind sie im angriff gehen die wieder auf talente da muss man kann man halt mal gespannt sein was da wirklich dahinter steckt einzig torres haben sie geholt könnte eventuell anscheinend stürmer spielen gesteck flach martinez bedeuer das mittelfeld herzstück mcglin als backup und in der defensiven beizug lesnes und wagner klar gesetzt die basis haben sie gehalten das einzige wo ich vielleicht ein bisschen schwächen sehe sind die backups das wäre interessant zu beobachten außer mcglin torres und vielleicht hier love sehe ich als backups ein bisschen dünn aufgestellt aber ansonsten ja philadelphia mit dem wird zu rechnen sein toronto schätze ich auch stark ein haben einen top toyota geholt sind johnson von new york city romero ist der zweite toyota dann vertreter links aus der türkei von kassim pasha geholt sicherlich nicht zu verachten hedges finde ich relativ stark ross hat ich jetzt nicht am schirm ich hätte auch nie als partner gesehen die innenverteidigung ist wo man sagt ja muss man mal gucken und larria der war ja auch durch bei der wm jetzt dabei hat eigentlich relativ gute spiele gehabt mittelfeld der oldie bradley ist sicherlich nicht verkehrt kai osorio solala und in der offensiv mit insigne bernadeschi das prunkstück quasi und im zentrum mittelstürmer wahrscheinlich die oman de oder akinola einer von den beiden wird spielen als toronto wird auf jeden fall zu rechnen sein haben sich defensiv zumindest halbwegs so aufgestellt dass man sagt das könnte wer für mehr als nur die playoffs reichen und offensiv natürlich insigne bernadeschi klar absolute highlights für das fußballer herz ansonsten die backup sehr relativ wenig was kurz am ehesten noch der für mich interessant wäre ansonsten relativ dünn aufgestellt toronto wenn man sich so mal anschaut